markt heller wenn du mitzocken willst ganz easy mitglied werden mitgliedschaft gibt es schon ab 99 cent noch drei sekunden ich hoffe er geht nicht so schnell raus das hoffte wochen also direkt brutal schnell rauskommt dicker kann man das kaum noch erkennen noch eine sekunde ich verspricht mir auch nicht ins gesicht ich muss das klippen war nach rauskommt okay ich muss das unbedingt klippen war da rauskommt ich weiß nicht dass man schneller aber ich will nicht ihn verpassen digga jetzt kommt er jetzt kommt er jetzt kommt er gehört jetzt kommt er jetzt kommt er da ist er da geht's los das geht's los da seht ihr es holy shit da sieht man schon was okay das wasser bewegt sich okay ich weiß nicht ob er jetzt direkt so brutal raus springen wird das sieht ja fantastisch aus kranker scheiß digga wie er da rauskommt ich könnte gerne ein bisschen schneller machen leute wow 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 mit diesem auge noch wow nein bitte was echt ich bitte mein gott das ist so ein monster wahnsinn 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 wir lassen uns mal ein bisschen schneller laufen ok wow 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 wir geben noch mal eine geschwindigkeit wow 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 Okay was passiert mit dem mechter der okay der mechter kommt noch nicht raus broke hier noch weiter . Immer auf den Mecher schauen Ich glaube der bewegt sich jetzt Muss gucken Ich will unbedingt den Mecher auch aufrufen Ja jetzt kommt er hier raus Okay Leute wir gucken kurz den Mecher hier ran Jetzt kommt der Mecher raus Das gucken wir uns auch noch gerne an Jetzt kommt der Mecher auch raus Hier sehen wir das Monster Wahnsinn Okay Der Mecher Wow Die Kampfmaschine kommt raus Mal kurz bisschen langsamer Wird wir es gut aufnehmen können Wow Und er läuft Er läuft einfach durch die gesamte Mäbe Juckt das gar nicht Ich finde das so brutal Und der Mecher kommt Der Mecher Wahnsinn Wow Und er macht alles Platz Oh Er guckt ihn an Der Mecher ganz gut angucken Guck mal wie das aussieht Ja 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 komm komm Okay Okay Oh er macht ernst Digga Er kommt erst noch mit seinen Raketen hier Boom Da kriegt er einfach was ab Digga Ah er kriegt er was ab Holy shit Wahnsinn Unglaublich Ja was hast du jetzt noch was wirst du jetzt dagegen machen du Monster Ja Rasset dich Wahnsinn Noch mehr Raketen Brudi Waren wir die Raketen noch schön in slow motion Digga Wow Cooler Scheiß Das Monster wird getroffen Alte Also Bestes Life Event aller Zeiten Ich komme nicht mehr klar Bestes Life Event Okay Ich laufe aufeinander zu Oh Laserstrahl Oh 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 Der kriegt aber ab Digga Ah Der kriegt ab Hä das ist ja voll voll ins Herz Digga Das hat er das überlebt noch Geh geht Digga Oh Ansage Schnell dahinfliegen Schnell dahinfliegen Geschwindigkeit der Drohne ein bisschen erhöhen Ach das müssen wir uns nochmal angucken Leute Wie er da genau reinfliegt Einfach nur geil Leute Gönnt euch den Anblick Gönnt euch richtig Geiler Scheiß Oh Ihr seid schneller als ich Wow Ehr heftiges Life Event Digga Digga Wahnsinn Er fällt er fällt Wow Die fallen beide ins Wasser Beide ins Wasser gefallen Wahnsinn Wahnsinn Passiert gleich was Oh Okay Der Mecha kommt wieder raus Er denkt er hat alles geschafft Das Monster ist besiegt Er denkt ProGamer Und jetzt kommt das Womit er nicht gerechnet hat Er feiert sich als den Helden Der ist Das Monster hat genau auf diesen Moment gewartet Leute Das Monster hat genau auf diesen Moment gewartet Ah warte Und er springt raus Einmal dieses Standbild Gönnt euch Digga Einmal dieses leckere Standbild Wahnsinn Gönnt euch Digga Wow Wahnsinn Wahnsinn Ich mach'n kurz bisschen schneller Bissin langsamer Dann können wir das richtig schön sehen Wow Wow Einmal ein bisschen dichter hier Das möchte ich gerne noch ein bisschen dichter sehen Da hab ich so Bock Dann komm noch ein bisschen dichter hier Wow Wow Ganze Stücke reißt er raus Der arme Roboter Dass er das noch geschafft hat Er schmeißt ihn zu Boden Hat nur noch ein Arm Digga Ich hab schon Ab diesem Zeitpunkt Ab diesem Zeitpunkt Leute Hab ich gesagt Er verliert Digga Genau ab diesem Zeitpunkt Hab ich gedacht Er verliert Digga Aber er hat es genauso gemacht Wie der Optimus Prime Bei Transformers Digga Er hat ihn mit einem Arm Noch rasiert Digga Mit einem Arm noch Genau so Es war Wahnsinn Digga Ab diesem Moment hab ich gedacht Digga Monster wins Digga Guck ihn dir an Digga Weil er war nicht down Digga Er war nicht down Safe nicht Er war aber down Ah 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 Das hab Ja ja Da hab ich schon ehrlich gesagt Dass der Ja Dass die Beste gewinnt Digga Crazy crazy Okay wir gucken weiter Wir gucken weiter Oh er gibt nicht Oh die Beste Die ist ja auch wieder aufgestanden Bisschen benommen Bisschen benommen Die Beste auf jeden Fall Oh da ist ein Spieler hier Spieler gewinnt Der wollte sich das auch noch gönnen Oh Genau das war Der entscheidende Mensch Hat er so Glück gehabt Dass er genau Noch dahin gehen konnte Aber das Monster sieht es Das Monster schreit hinan Da seht ihr das Monster schreit hinan Digga Oh mein Gott Ich bleib mal diesen Mund da rein Wie kann man nochmal die Kamera ein bisschen nach oben Ah ja So genau Alter Booty Wow Kann man da noch weiter rein? Ne okay das geht nicht Wow Heftig Hä Wo bin ich jetzt? Achso da Lol Wo bin ich jetzt? Alter was Was für ein Maul Digga Der hat Hier Zähne Und dann dort nochmal Zähne Alter Wie viele Zähne der hat Wahnsinn Unglaublich Der hat viel zu viele Zähne Wahnsinn Und hier können wir uns nochmal den Kristall hier angucken Den er nimmt auf jeden Fall Boah ist das hell Alter das ist ja Wahnsinn Hier sehen wir noch den Mond Wow Geiler Kristall auf jeden Fall Wahnsinn Wahnsinn Okay dann würde ich sagen Wir drücken auf weiter Das Monster denkt sich was soll er jetzt tun Was soll er jetzt tun Was wird passieren Da kommen sie mal her Und dieser One Pump Jetzt kommt Der absolute One Punch Man Modus Oh mein Gott Ich muss genau aufnehmen Wenn er ihn trifft Digga Das muss ich Das ist so geil Ich will das genau aufnehmen Wie er ihn trifft Einmal bitte schön In Slow Motion Digga Und dann treffen wir Alter Uff Er hat direkt in sein Maul geschlagen Aber direkt Direkt in sein Maul Alter Das ist sehr brutal Wow Meine Güte Er hat ihn direkt Ins Maul reingeschlagen Wahnsinn Und er fliegt Und fliegt Wahnsinn Ich liebe Replay Modus Ich lebe den Replay Modus Unglaublich Unglaublich Das Monster denkt sich was soll er jetzt tun Digga Mal ein bisschen schneller Das kommt Slow Motion Er rennt Da guck mal Da sehen wir noch Hier den Bananen Skin Der wollte sich auch Dass die Welt noch gönnen Der Bananen Skin Okay Willst du dich dann noch Ja das Das ist das Die gute Geschwindigkeit Das ist die gute Geschwindigkeit Okay Er geht zum Schwert Leute Er geht zum Schwert Das will ich auch noch gerne sehen Wie er das Schwert noch nimmt Okay Nimm das Schwert Warte Nimm das Schwert Nimm das Schwert Wie tief muss wohl das Wasser Gewiesen sein Ist ja auch nicht normal Das wusste einfach niemand Alter Das wusste Wow Wow Ey das will ich noch mal Näher betrachten Direkt Wow Was für eine Macht Und das Monster denkt sich Ich werde sterben Nein Nein Man sieht es Man sieht es in seinem Auge Digga Man sieht richtig Er hat Angst Digga Er hat richtig brutale Angst Und er weiß Er wird gleich sterben Digga Er sieht es einfach Man sieht es einfach Kranker Scheiß Oh mein Gott Oh mein Gott Dieses Grün ist so cool Ich feier dieses Grün so Oh Jetzt kommt der Mode Jetzt kommt Der entscheidende Schlag Oh Wo hat er Wo hat er Getroffen Das muss ich auch sehen Alter Aber was er Das Auge verfehlt Ich dachte er wird Genau aus das Auge geschlagen Er hat das Augebissen Verfehlt Aber sonst geiler Scheiß Wow Abgestochen Fertig Easy Easy clap Für den Roboter Digga Easy clap Easy clap Easy clap Er hat ihn so auseinander genommen Mit dem Schwert Mein Über So Das Das Was für ein Comeback Ne Auch finde ich Krass Digga Von Roboter Was für ein Comeback Einfach Wahnsinn Und er macht Zahnseite Mit nur einem Arm Leute Zahnseite mit nur einem Arm Digga Ihren Mann Ihren Mann So wie es sich gehört Wenn man Jemanden rasiert hat Direkt Zahnseite Hier sehen wir noch mal Wie er in Asche zerfällt Und von ihm nur noch Knochen übrig bleiben Und er fliegt Oh das muss ich auch noch sehen Wie er nach oben fliegt Wir machen das kurz ein bisschen langsamer Ich muss auch noch sehen Ich komme mit Ich komme mit Oder ich komme mit Ich komme mit dir hoch Wahnsinn Ey es ist halt ehrlich Genau wie bei Transformers Der hat auch irgendwie Erstmal gecampt Und dann ist er In den Weltraum geflogen Genau dasselbe Ist ja Wahnsinn Oh er ist mir ein bisschen zu schnell Chill Er kann ich nicht hören Aber man kann nicht hören Oh schade Na gut So genau so aufzunehmen Schade man kann nicht hören Was für ein cooles Live Event Leute Also Bestes Live Event überhaupt Wahnsinn Einfach unglaublich Und er Er fliegt weiter und weiter Ich bin gespannt Wann er weg ist Kann niemand noch sehen Wahnsinn Okay Also oben passt hier noch was Okay Okay Er ist weg Ja Leute Und an der Stelle Und an der Stelle War auch schon das Live Event Dann vorbei Leute Also Bestes Live Event Überhaupt Leute Ich freue mich Dass ich das noch im Replay Modus Zeigen konnte Es war viel viel spannender Das noch im Replay Modus Zu sehen Einfach unglaublich Liebe ist Das Fortnite Replay Modus hat So geiler Scheiß Wahnsinn Also Einfach Einfach Wirklich Das war das allerbeste Live Event überhaupt Selbst der Raketenstart Kann da nicht mithalten Also Unglaublich Selbst der Raketenstart Der kann nicht mal mithalten Also Unglaublich Fortnite hat sich einmal Nochmal selbst übertroffen Ich werde jetzt sowas von Widersuchten Mit Spaß und Freude Ich hab so Bock Auf Season 10 Alter Beste Leben Bruder Einfach nur geil Einfach nur geil Wahnsinn Einfach Einfach nur geil Einfach nur geil Das war Transformers Der Film